Den Wartungsmodus in Joomla 5 aktivieren. Mit dem Wartungsmodus schützt du deine Website, die du vielleicht gerade neu erstellst oder überarbeitest, vor neugierigen Blicken. Denn wenn du diesen Wartungsmodus aktiviert hast, sehen Besucher nur eine Baustellenseite und nicht die eigentliche Seite, an der du gerade arbeitest. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und wenn dir solche kostenlosen Videos gefallen, wenn du diesem kostenlosen Video etwas zurückgeben möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere gerne diesen Kanal für mehr solcher Videos. Der Wartungsmodus ist grundsätzlich dafür da, dass niemand deine Seite, deinen Entwicklungsstand sieht. Du hast damit keinen Stress und das ist natürlich ein Vorteil für dich, dass du in Ruhe deine Seite gestalten kannst. Aber Achtung beim Thema Google Indexierung. Wenn es sich um eine neue Seite handelt, die es vorher noch nicht gab, dann ist das in der Regel auch kein Problem. Falls es sich aber um einen Relaunch einer Seite handelt, das heißt, dass diese Seite von Google auch schon indexiert wurde, dann solltest du das immer mit Vorsicht gestalten. Wenn du diesen Wartungsmodus für ein paar Stunden aktivierst, ist das kein Problem. Wenn du ihn für mehrere Tage oder Wochen aktivierst, kommt ja auch Google nicht mehr auf deine Website. Das heißt, Google merkt ja dann, okay, diese Website gibt es aktuell nicht und nimmt vielleicht deine einzelnen Seiten aus dem Ranking heraus oder deaktiviert das für kurze Zeit. Und aus diesem Grund sollte man das bei einer bestehenden Seite, wo es schon Rankings gibt, sehr, sehr mit Vorsicht einsetzen. Wenn es aber eine neue Seite ist, wo du eh noch kein Ranking hast, ist das grundsätzlich einmal gar kein Problem. Das aber hier nur am Rande und jetzt zeige ich dir technisch, wie das funktioniert. Ich bin hier in einer Joomla 5 Installation. Und wenn wir hier in einem Inkognito Fenster reingehen, das ist hier nur die Standardseite so, also ohne Design, ich mache einen Refresh schnell, dann sehen wir hier ganz normal die Seite. Wenn wir jetzt den Wartungsmodus aktivieren, klicken wir hier einmal auf System und bei Einstellungen auf Konfiguration. Ich mache es mal ein klein wenig größer für dich. Und hier gibt es einmal die Seite Einstellungen, wo es hier viele Möglichkeiten gibt, System, Surfer und so weiter. Und beim Reiter Seite gibt es hier den Punkt Website Offline und das ist genau dieser Wartungsmodus. Hier setzen wir den Reiter auf Ja und dann hast du hier die Möglichkeit, einen Offline Text einzugeben. Du kannst ja wählen, entweder soll hier einfach nichts dargestellt werden und nur ein Bild. Du kannst ja sagen, den Standardtext oder einen eigenen Text. Dann wird hier das einmal vorgeschlagen. Website ist zurzeit im Wartungsmodus. BR, das bedeutet, er springt in eine neue Zeile. Bitte später wiederkommen. Für mich reicht das jetzt. Bei dir macht das wahrscheinlich Sinn, dass du das ein Stück weit schöner gestaltest, beziehungsweise hier einen etwas besseren Text wählst, gerne auch ein Bild. Ich speichere das jetzt aber mal so und dann öffne ich die Seite wieder mit dem Inkognito Fenster und dann siehst du hier, diese Website befindet sich zurzeit im Wartungsmodus. Bitte später wiederkommen. Man könnte sich ja nur mit dem Passwort anmelden an dieser Stelle. Das heißt, genau das kannst du hier an dieser Stelle auswählen und wenn du später sagst, du bist jetzt fertig damit, dann deaktivierst du das Ganze wieder und an dieser Stelle erscheint dann wieder deine Website. Genau, so funktioniert das Ganze. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich hoffe, dir hat dieses Video einen Mehrwert gegeben. Ich würde mich dementsprechend freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und gerne kannst du auch den YouTube-Kanal abonnieren für mehr solcher Videos zu Joomla mit vielen Tipps und Tricks. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erstellen, beim Relaunch deiner Joomla-Website und wir sehen uns wahrscheinlich bei einem der weiteren Videos hier auf diesem Kanal einmal wieder. Viele Grüße und bis bald. Dein Oliver Pfeil. Dein Oliver Pfeil